Und die Jungs, die sind, also die Soldaten in der Ukraine und viele, viele andere, die sind in den Kämpfen, in den Feldern und die sind da 24 Stunden, 7 Tage und 2 Jahre, seit 2 Jahren. Und wenn man das bedenkt, dann denkt man, das ist nicht diese halbe Stunde oder diese Stunde, das ist das Mindeste. Wir stehen jetzt halbe Stunde und wir sind es sehr heiß, aber wenn du zu denken, dass die Jungs schon 2 Jahre in der Ukraine wäckern, zerbrechen, schlug, 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 dann sind die halbe Stunde, das ist nichts, das ist so kleine Dinge, die wir können, so stehen wir weiter.